Die sehen auch so hilflos aus, wenn die da so stehen. Guck mal, viele Leute. Ja, alle sind mit Pokémon. Sag mal, mach mal was, sag mal was. Hallo, hier sind die Bekloppten, vor allem wegen Pokémon. Und die haben sich alle wieder mal versammelt. Die haben keine Hobbys. Die stehen jetzt hier so rum und rein und suchen die Pokémons. Ich glaube, die haben eine Rad am Katschis. Die denken jetzt, weil ich hier jetzt auch mal mit dem Handy dran bin. Dann muss ich das auch machen. Kurze Umfrage, habt ihr die Pokémon gefunden? Sucht ihr die noch? Und, macht das euch Spaß? Ja, danke. Da haben sich wieder die ganzen Pokémon-Fans getroffen, ne? Die spielen hier, wie die Bekloppte. Die haben keine Hobbys. Die denken, die werden da durchreich, oder weiß der Geier was? Also, die machen sich voll zum Affen. Von jung bis alt. Ist alles vorbei. Okay, dann machen Sie es. Das ist laut. Die hauen nicht ab gleich. Das ist laut. Gut. Нет. Vielen Dank.